Was ist denn das? Oh, die ist aber gut rausgekommen. Das ist die Urne für Professor Engler. Der hat doch das Leben lang noch Ausserirdischen gesucht. Aha. In Amerika kann man die Tasche schon ins Weltall schiessen. Aha. Wir müssen innovativ sein. Dein Vater hat einen guten Ruf aufgebaut. Er will dich nicht aufs Spiel setzen. Und Aarau ist nicht Amerika. Was haben wir sonst noch auf dem Programm? Ach ja. Eine junge Frau draussen auf dem Sutterhof. Sutterli. Die Poulet hast du als Junge schon immer so gerne gegessen. Ich heisse Fabio Testi und möchte mich für die Stell bewerben. Wir sind ein Bestattungsinstitut. Ich weiss. Du willst also Bestatter werden? Warum? Hast du ja schon mal einen Toten gesehen? Ja, schon ganz viel mit dem TV. Ah. Gut. Du hast ja viel gemacht für diesen Job. Könntest du ja gleich anfangen? Warten Sie. Kommst du einen Moment? Kommst du ich zu? Kommst du? Zeig mal in welcher Kraft ist der herausgestiegen? So einen hätte mein Vater nie eingestellt. Mich hat mein Vater auch nie eingestellt. Und Hofsteder hat es auf den Bandscheiben. Soll ich die Erde allein tragen? Der nimmt doch sicher Drogen. Das sieht man doch. Ich frage dich das nur einmal. Hast du es mit dem Rücken? Fabio, eine Dame lässt mich nicht warten. Lebung oder Tod, gehen wir. Der ist einfach die Lippen. Lübble, 1-2-4-3-2-4-3-4-3-4-4-4-4-5-4-4-5-0. Lübble, eine Lesber auf dem Schraub.